Wir kennen uns alle gar nicht richtig. Aber irgendwie... ...waren wir alle zur selben Zeit am selben Ort, als Billy diese Münzen fand. Oh mein Gott, was ist das? Blockbuster. Irgendwas ist da oben passiert. Ich bin nicht mehr der Seele. Das ist völlig unmöglich. Die Münzen haben euch fünf erwählt. Ihr seid die Power Rangers. Power Rangers. Freitag, 20.15 Uhr. Power Rangers.